Was geht ab meine Freunde? Hier ist euer Neib. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte mit euch über ein Thema mal reden und fragen, seid ihr überhaupt noch aktiv? Habt ihr überhaupt noch Bock auf Fortnite? Schreibt mal bitte in die Kommentare rein, worauf ihr überhaupt Bock habt oder zockt ihr gar nicht mehr? Das würde mich mal interessieren, weil ich vermisse euch wirklich alle im Stream. Es kann ja nicht sein, von heute auf morgen gar keine Zuschauer mehr. Natürlich, ich streame wirklich gerne. Ich versuche jeden Abend zu streamen. Oder meint ihr, ich streame zu viel? Sollte ich mehr Videos machen? Wenn ja, was für Videos? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Seid ihr überhaupt noch aktiv? Wenn ja, hashtag aktiv in die Kommentare. Würde mich einfach mega, mega freuen, damit ich auch mal wieder die ganzen Leute sehe, die auch mal vor ein paar Monaten aktiv waren. Dann bin ich auch erstmal raus. Schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare rein, was ich alles streamen soll. Und dann sehen wir uns zu einem nächsten Video oder Stream. Macht's gut, euer Naib und ciao, ciao.